Der erste und im wahrsten Sinn des Wortes fundamentale Schritt hin zur legendären Studertpräzision und Leistung ist das Maschinenbett aus Granitan. Granitan, der studereigene Hightech-Mineralguss, seit 30 Jahren im Einsatz bewährt. Das Einsprühen der Formteile mit Trennmittel und Decklack garantiert das leichte Lösen der Form vom ausgehärteten Maschinenbett. Eingießteile werden in der Gießform montiert. Platten, Gewindedübel, Schienen, Rohre und Kabel werden direkt in das Maschinenbett eingegossen. Nacharbeit ist keine erforderlich. Die Gießmaschine dosiert das Hartgestein verschiedener Körnungen nach einem studereigenen Rezept und vermischt die Füllstoffe mit dem Bindemittel. Die Form, die bis zu 1000 Mal verwendet werden kann, wird schichtweise gefüllt und während des ganzen Gießprozesses durch Vibrieren gründlich verdichtet. Die stetige Granitan-Optimierung mit besonderem Augenmerk auf E-Modul und thermischem Verhalten erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Inspire der ETH Zürich. Nach 20 Stunden ist die Aushärtung abgeschlossen. Die Form wird demontiert. Das Maschinenbett erhält eine Zweikomponenten-Lackierung im Studer-Design oder nach Kundenwunsch. Ein weiterer Schritt hin zur legendären Studer-Präzision ist das mühgenaue Abformen der patentierten Studer-Gleitführungen. Die Lagerstellen der X- und Z-Achsen verlangen eine Positionsgenauigkeit von wenigen Hundertstel Millimetern. Die Präzisionsteile werden mittels Leeren positioniert und untergossen. Vor der Lieferung in die Montage werden von jedem Maschinenbett die Führungsbahnen ausgemessen und protokolliert. Bei der Entwicklung von Maschinen werden modernste CAE-Methoden angewandt, um die herausragenden Eigenschaften des Werkstoffes Granitan optimal zu nutzen. Die erweiterte Granitan-Produktion für die Zukunft ließ Studer ein Joint-Venture mit der Firma Schneeberger gründen und eine moderne Produktionsstätte in Tschechien aufbauen. Seit 2009 werden Granitan-Maschinenbetten in höchster Studer-Qualität in Cheb, Tschechien, gegossen. Ausgezeichnetes Dämpfungsverhalten, thermische Stabilität, chemische Beständigkeit, hervorragende Energiebilanz. Maschinenbetten aus Granitan bilden die Basis für die besten Schleifergebnisse. Ausgezeichnetes Dämpfungsverhalten, thermische Stabilität, hervorragende Energiebilanz.